Herzlich willkommen zu einer heutigen Folge hier am ZD. Aktuell beginnt gleich der Blutmond. Wir wollen noch was bauen und zwar hier noch eine Tür rein. In der Zeit wo das gebaut wird, werde ich mal schnell die Gittern mal aufwerten. Ich würde mich in diesem Bereich, wo ich jetzt gerade bin, noch ein bisschen absichern. Und zwar würde ich hier auch noch laufen können. Teil ist der zwar auch noch ein Fernfern. Ich habe jetzt Pickel bei mir, Pickels bei mir. Hier noch ein Teils, hier machen wir mal ganz kurz. Ein Wegnehmen, wenn ich nochmal schaffe. Jetzt haben wir Zeit. Das muss gleiche Tür verlässt sein. Würde mich hier bewegen können, dass ich hier aus und da nach da laufen kann, ohne mich da außen herum laufen müssen. Außen herum laufen müssen. So, wir machen mal Zeit gucken. Jetzt halt. Den einen lassen wir drinnen, den linken zwei. Aber das muss weg, damit sie durchlaufen können. Die Tür sind aufgeladen. Aufgestellt, soweit die möglich. Jetzt bleibt mir drüben, dass wir auch nichts kommen. Und nicht woanders. Dazu muss ich mal ganz kurz die Tür nehmen und ein Menü rein. Natürlich werde ich da. So, das habe ich hingelassen für den Fall der Fälle, dass man das aufwerten muss. Nee. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, dann muss ich den außen wegnehmen. Da muss ich auch mal wegschlagen. Nee, eine Pistole aus und bleiben. Jetzt durch ein bisschen Zeitnot. In meinem ganzen... Da braucht der schon genug mehr, aber darüber schon auch drauf ist. Das ist 50. 50, 51. Bekraft. Wo die Ausdauer fehlen. Die verkehrte Seite, glaube ich, oder die richtige. Kurz Luft holen. Und jetzt nochmal kloppen. Das ist mir leider ein bisschen später hingefallen. Tut mir leid, aber... Ich versuche mal noch hinzukriegen. Äh, 55. Jetzt schnell die Tür rein setzen. Ich hoffe, das geht auch jetzt mit drehen. Äh, hm. Das geht aber. Leider verkehrt. Okay. Planänderung. Und zwar... Vier Stück. So. Irgendwo kommen die schon rein. Vielleicht gelingt mich das da... Das... Ne, das nicht. Ähm... Ih. Auch nicht. Ein Vier. So. Irgendwo machen sie Kandale irgendwo unten irgendwie. Egal. Ich weiß nicht genau wo. Ich muss hier mal die Türen zu machen. Super. Hier kommen sie nicht hoch. Schlecht. Hier kommen sie nicht hoch. So. Super starken. Das ist natürlich gar nicht gut. Das sind glaube ich. Das sind Wiensster. Das sind Wiensster. Das sind Wiensster. Wie geht. Das ist gut. Das ist gesteign. Das sind Wiensster. Stötungsgeräusche. Das sind Wiensster. dann läuft ja immer ganz kurz option gehen und die kann man bestellen damit ihr was sehen kann sich für das standard kann man auch nicht reichen wenn sie unten kommen und jetzt hierher das bin ich rüber Da springen die rüber, die Säcke. Dieser Starke ist wieder dabei. Wahnsinn. Oh jee. gut dass ich da eine entsprechende tür gebaut habe aber so eine frage der zeit wieder reinkommen also also gut gesehen aber der kram nicht tief genug aber und da kommt es noch gar nicht das kann ich gut dass man gleich hoch machen das ding das nicht auf das haben wir hier mitnehmen total verkalkuliert sind drin hierzu lieber über den anderen bereich hier kann ich noch mal nach oben gehen ja hängt immer fest das ist ein bisschen verbessern Also Munition sieht gut aus bis jetzt. Mal ganz kurz mal ein Rande rausholen. Für Reparatur. Hier, hier. Das Ding ist glaube ich leer. Ich meine, wenn man schon ein hohes Level hat, Anführungszeichen, dann dauert das Ewigkeit. Das ist ein bisschen Level. So. Mal ganz kurz, dass es ein bisschen zur Ruhe kommt, dass wir da wieder was umbauen. Und zwar... Maklaum kann man da oben nehmen, das ist ein Batsch. Blödsinn. Hier werden wir die aufnehmen. Das ist 6. R. 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 also dazu da ich die notfalls auf sache auf tase hoffe die aufnahmen passt ton ja ich müsste gut zu hören sein und das andere müsste auch funktioniert doch strengsten zur hälfte funktionieren aber hat nur zur hälfte dachten kann eine von vorne ist nicht ganz so wieso keine krank so besser normalerweise Das ist jetzt die Vierer, genau, die hole ich arm. Die muss schön zumachen hier, die Tür. Zwei Punkte, zwei Punkte, das ist gut. Oh, ich sehe gerade Gitter beschädigt. Oh, das ist so süß. So, die Stelle auf 100% bringen hier. Also, ich will die keinen drin haben, also hier rausgehen. So ein Monster hat mich letztes Mal umgebracht, mit der oben hoch. Wahnsinn. Temperatur? 73 Grad. Dürfte anmachen? Nee. Nur vom Böckchen. Oh, schön Sack. Hier haben wir den Sack. Die beiden sind leer. Ja. 20 Uhr. Auf der Böckchen. 4 bis 4. 10 bis 4. 10 bis 5. 5. 4 bis 5. 10 bis 5. 6. 8 bis 5. und zwei von den typen ich habe auch hilfe ja dann heißen graben tier machen so mit dem graben spikes rein vor allem so tief man das in den graben die rausspringen können gut die bausteine da vorne war nicht fertig ein motion sparen normalerweise oder lebt noch schießen Oh, die mussten uns alle. Nacht. Ey, der Sack ist weg hier oben. Wo sie runtergefallen. Guck die dort auch rein. Ach, die kann auch noch hieben. Die werden nicht hochgehen, ne? Das Fahrzeug explodiert. Wahnsinn. Geier. 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 beste plan nicht funktioniert was passiert die tür zu schwach und vor allen dingen was ich gemacht habe aber allerdings schlecht so es heißt auch mein bett erscheinen jetzt muss ich kurz meinen rucksack holen ja tun diese sende du bist wiederbelebt das heißt ich muss hier hoch keine panik ich muss ganz schnell das gewehr reparieren muss ich ganz kurz wieder runter und zwar muss ich immer hier eine tür einbauen müssen wir bauen das dauert leider ein bisschen das darf noch nichts zu ändern muss man zusagen weil die und schnell sein tür bauen kann weiß man nicht genau wie sie dahin gekommen sind also irgendwie müssen sie ja gekommen sein weiß nicht genau wo die kommen das kann sein sind das nicht möglich aber normal ist ganz kaputt die tür teile wahrscheinlich sind sie irgendwo so ich bin fertig ich glaube so lange das ist fast gemacht warum gelernt haben wir haben es nachts noch ein bisschen zeit aber die werden noch mal kommen also davon kann man ausgehen ich kann stark an und das heißt schnell tür bauen einbauen und vielleicht muss ich auch nicht mal eine stärkere tür bauen wo das bringt ja wenig weil wenn die tür stärke ist aber die reise geht er nicht dann ist hat er irgendwo so erstmal sind wir wieder sicher aber nicht ganz ich habe zu spät gesehen aber sonst sonst wäre das vielleicht nicht passiert weil dann hätten reagieren können die leiter ist an sich ungünstig hier aber dann kommen sie auch hoch und ich weiß nicht genau wieso gekommen sind munition habe ich nur noch wenig okay ein paar mit einer kiste aber die brauche ich garantiert beim nächsten mal wenn ich was machen will ich habe so schön hier dann irgendwie draußen irgendwie weiß es nicht und hier vielleicht das ist gut möglich das war ja nicht fälliger war ja mein problem über spät dran das wollte nicht klappen beim bauen wo da kein loch zu sehen ist anführungszeichen aber da habe ich echt verstärkt und von daher sind ich gekommen und hier vorne brücke extra hoch gemacht dass er nicht ankommen muss ich hier entsprechen tier und tier graben und vom haus errichten hier sind es eingebrochen aha okay das dauert nicht lange natürlich sind sie dann hier entsprechend rum und da rein und jetzt ist hier zu hier 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 254 diese raum ist ja auch nicht sicher in anführungszeichen weil irgendwann ist sie auch verloren so haben sie einen weg eingefunden wir können das um vier uhr ausgehen vorher was können sind also vorher sind wir gefährlich echt gefährdet also so immer wieder auf weil ich ja nie bleibt auch noch mal Schlägt der Arme ein hier. Tja, stecken. Das geht auch nicht, ne? Ich bin dann gerade gestorben, ne? Jetzt brauche ich ja noch eine Weile, um mich auszuleggeln, ne? So, Beton habe ich keinen. Wer war ein Betonherstellerin? Also ich brauche einmal Zement. Und den haben wir hier drin, ne? Bei dem Eisen. Zement, Stein ist 6, dann können wir nicht hergestellt, dann muss ich nicht hergestellt. Und zwar... ...dessen haben wir hier was. Fast 2000, aber das tut. Gut, das dauert eine Weile. Jetzt brauchen wir... Jetzt brauchen wir... ...äh... ...äh... ...Ä... 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 Stein. Und dann müssen... ...äuter Kies, ne Kies. Leider nur 843, aber gut für erstes Reichmann. Ja, ne? Also um halb... ...hier ist kaputt. Das wollte ich ans Aufwerten, noch Beton, die Decke hier und so. Das man ja sicher sein kann, so wie hier, Stahlbeton. Aber das dauert noch ein bisschen Beton. Ich stelle sie gerade her. So, das haben wir noch alles. Ja, mäßig bin ich schlecht. Waren wir nicht. Schau mal woher. Also auf Stahl würde ich noch nicht aufwerten, ne? Weil das ist mir einfach noch zu teuer. Und vor allen Dingen musste der überall gemacht werden. Sonst bringt ja nichts, ne? Ja. So, da haben wir noch nicht viel, ne? Hatten wir hin, ne? Erstens haben wir schon. Hier unten müssen wir auch noch eine Tür bauen. Dann müssen wir gleich eine Rolle gebaut. Da... Da... ...Eisentür. ...Versort-Tür wenn wir mal haben. Da... ...müssten wir... ...Stahlruhe... ...und paar andere Sachen. Da... ...ich glaub Federmanns gewesen. Nicht diese Federn, aber Teile irgendwie. Nicht diese Federn, aber Teile irgendwie. Schauen wir mal. Schauen wir mal mit drei Jahren. Fehler haben wir da jetzt keine. Auch nicht. Also sterben war nicht eingeplant, ne? Das sei mal heuter mechanische. Elektrische steile. Oder das ist hier drüben. Ne? Ein paar Trummeer, ne? Ich hab die Nacht überstanden. Also... Bzw. Die zweite Welle kam dann nicht mehr. Glück gehabt, Anführungszeichen und Pech, weil ich gestorben bin. So, liebe Schauer. Das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sag ich mal tschüss und tschüss und tschüss. Ja, vielleicht die nächsten Bluten und nach dem Leben dann vielleicht, ne? Mal schauen. Dann sag ich mal tschüss und tschüss und tschüss und tschüss. Und danke fürs Reinschauen. Tschüss.